Ihr habt ihn drauf? Handy? Boah, was macht er für die Loopings? Guck mal! Da dreht sich der Beine Luft. 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 Mama, komm mal bitte, schnell. Da kommt er. Boah, der dreht sich. Nein, eine Kurve. Ein Doppeldecker ist das. Wie wär's, wenn du mir die ganze Zeit einen Kühlerkopf draufpasst? Mein Kopf ist wirklich heiß. Darf ich mal? Ja. Der kühlt jetzt aus? Nein, aber trotzdem. Dann hol ihn mal. Mit so einem Schraub. Ich will das aus. Ja. Alles ist das. Ich bin großartig. Danke. Das ist das. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Mama? Mum? Mama? Mama? Mama! meine Mutter habe ich nicht mehr Mama ich habe dich gerufen Mama wo warst du denn ich habe dich gerufen wo genau ist das hier ach so derjenige, da gebe ich meine Mama rufen nach mal, da macht man doch keine Nacht das ist Echo wenn ich Mama rufe, kommt ein Echo Baba das ist ein Echo das ist kein Mama, der das sagt das ist kein Mama, der mich die ganze Zeit nacheifen tut das ist kein Mama das ist wirklich kein Mama der mich die ganze Zeit nacheifen tut 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 das ist wirklich ein Echo wie langsam Oh, halt den richtig fest, Baba. Oh, halt den. Oh, halt den. Ich sehe den Mond gar nicht. Ach du Scheiße, der war doch sofort zu sehen. Das kann aber nicht sein. Der müsste eigentlich jetzt am Himmel zusehend sein. Wo ist der? Ey, wo ist der Mond? Oh, da hinten sind Kraniche. Da ganz hinten sind Kraniche, Mama. Was ist das? Das Kraniche da hinten? Gänse? Nein, Kraniche. Milane? Das da, Kraniche. Das Schwamm da hinten über den Berg. Kraniche. Siehst du den? Da hinten über den Berg ist das. Ja, Kraniche, ja. So spät kommt noch Kraniche. Die müssen schon weg sein. Da hinten ist aber Kraniche. Ja. Der wird doch den letzten Tag auch aufpassen, wenn Kraniche kommen. Ja, war ein Teil. Ich hab's mal aufgepasst. Immer ein Teil. Ist der aber am Balkon der Mond schon zu sehen? Nein, ne? Das sind Kraniche da hinten. Oh, ich bin blind wie ein Fisch. Das ist wirklich Kraniche da hinten. Ja, das ist auch. Doch, das sind Kraniche, Mama. Nein, doch, die Kraniche. Nein, doch, die Kraniche. Hier ist da auch nichts zu sehen. Noch nicht mehr hinter einer Wolke, gar nichts. Oder könnte der Mond hinter dieser Wolke da vorne sein? Vorne ist so eine Wolke über den Berg. Könnte da hinter der Mond sein? Nein, der macht vorher fein, aber gar nicht. Scheiße. Ja, der Mond kommt erst so spät. Ich bin blind, aber erIND w academisch. Ich bin blind, es war nicht. Ich bin blind, es war nicht dabei. Ich bin blind lassen. Bin ich. Dr. Kommt zu mir, es war nicht die Zeit. Beamiance. Und die Uhrzeit war doch immer der Mond rausgekommen. Ich bin doch nicht blöd. Wir haben jetzt ein Viertel vor acht. Guck mal nach der Uhr. Guck mal nach der Uhr. Guck mal. Ja, der war doch immer, um die Uhrzeit zu sehen, der Mond. Verstehe ich jetzt nicht. Oder bin ich denn blind? Weil der Vogelschein war wirklich Kraniche. Ich dachte, in April kommen keine Kraniche mehr.